Hallo Leute ich bin Legendenkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wie ihr hier sicherlich schon sehen könnt, möchte ich euch zeigen, wie ihr hier oben immer in der Ecke, sobald ihr gestorben seid, wird euch halt angezeigt, wie viel Schaden ihr dem Gegner oder welchem Gegner ihr wie viel Schaden gemacht habt, sodass ihr halt nicht immer wieder die Konsole öffnen müsst, um zu gucken, aha, habe ich die Gegner gerade getroffen, habe ich die nicht getroffen und ja, deswegen möchte ich euch mal zeigen, wie ihr das Ganze halt euch anzeigen lassen könnt. Es wird auch angezeigt, was ihr in die Konsole eingeben könnt, aber ich möchte euch zeigen, wie ihr das in einer Datei speichern könnt, sodass ihr halt immer wieder nur zum Beispiel K drücken müsst und ja, dafür scrollen wir einfach ganz runter, bis wir hier bei Switch Script sind und dann kopieren wir uns ab Bind Key alles, bis hier unten Display Damage On, komm, geht da hin, ok, kopieren uns das Ganze, gehen dann auf Steam, machen dann, ja, in unserer Bibliothek ein Rechtsklick auf CSGO, drücken anschließend auf Eigenschaften, gefolgt von lokale Daten und dann lokale Daten durchsuchen, dann öffnet sich ein Fenster und ja, dann sind wir halt in unserem Steam Ordner, in unserem CSGO Ordner, drücken dann nochmal auf CSGO, drücken dann auf CFG und wenn ihr jetzt so wie ich keine AutoExec Datei habt, erstellt ihr einfach eine neue, einfach neu, ja, hier Textdatei, AutoExec, schreibt man das so, ich habe keine Ahnung und, ähm, zack, wir öffnen das einfach und schieben das mal auf den Monitor, dann einfach STRG V, das was wir gerade halt, ähm, kopiert haben und hier könnt ihr dann den Key Binden, wenn ihr jetzt zum Beispiel so wie ich K nehmen wollt, dann drückt ihr einfach K da drauf und, ähm, ja, mehr müsst ihr eigentlich auch nicht machen, also hier in der Datei, könnt ihr halt euch aussuchen, welchen Knopf ihr wollt, ich nehme jetzt einfach K und drückt dann einfach Datei, Speichern, dann schließen wir das Ganze und das müssen wir natürlich noch, ja, entweder umbenennen, in CFG, zack, ja, also wenn ihr das umbenennt, im Config steht, dann wird die Datei anders sein, aber, ja klar, wir wollen ja auch eine Config draus machen, keine Textdatei, dann haben wir hier unsere, ja, Display Given noch, wenn ihr, sonst wird halt auch angezeigt, also ihr geht nochmal, öffnet die Datei halt nochmal und hier steht dann, hier, Confilter, Damage und dann müsst ihr Damage umändern in Damage Given, damit auch angezeigt wird, wie viel, ähm, Damage ihr dem Gegner zugefügt habt, wenn ihr da halt nur Damage habt, so wie ich das vorher hatte, dann, ähm, wird halt alles angezeigt, wie viel Schaden ihr dem Gegner gemacht habt, wie viel Schaden er euch halt auch noch gemacht hat, falls euch das interessiert, könnt ihr es auch drin lassen, aber ich ändere das immer um in Damage Given und jetzt war's das auch mit dem Tutorial, es ging schon viel zu lange. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuhören, bis zum nächsten Video, ciao!